den goldenen in haben ja das ist ein vogel aber ein rabe ist auch ein vogel egal doch ein rabe das ist ein vogel auch hier nicht schießen wir gehen plassen pack also ich gehe nicht dann können wir die reihe von free to go free to one go switch allein schwitzen ja ich will ein bisschen ein bisschen rein schwitzen ok ich muss gleich ganz viel parfüm sprühen weil ich so viel schwitze wie kann denn eine unterhose schwitzen mann ja ja ich muss ja ich muss schon heißen unterhose das ist ja ich habe ein eigenes haus ich habe früh schild und ne pump gun hä wo bist du gelandet ja ich habe eine blutpunkt und ein blutstungewehr und ein schilder und ein bisschen überall ich kenne jeden jeden herrn und sein wenn es ich kenne ich habe bist du leute kommen hier ich will ich hatte ja 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 ich habe mich nicht achtung das gegner wo sei denn das karte müssen alle noch hätten ja noch nicht nein hallo wir müssen noch eine karte holen ich bin ausgerutscht ich habe gerade eine goldene auge gefunden weil wir mal eine lila nur ich nicht köln doch ich versuche ihn zu köln wo ist der letzte ich weiß auch wer ist der ist AFK ne Fenix ist gestorben Heli weil er AFK ist er ist AFK gegangen wieso landet hier Heli genauer ganz oben ich merke es ich habe erst mal eine Rakebe drauf ey das war jetzt Cross das war Cross Cross? ja Cross Cross Dominic? wie viele hast du Tomatoes? ein Gegner ist hier bei euch ich hab ihn eine die äh und er ist die 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 guck waa die 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 ja 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 er hatte alles leute da sind das noch ein gegner 2 es kommt noch mehr das ist immer verkleidet oder was du das einer von den geht durch den lüstung schacht erstmal kommt mal zu mir ich habe gerade fuhrspur ich habe gerade füße gesehen also hier kann hier jetzt nur das noch genau ich habe brutus mini gang doch nicht bei mir in der grönen ist da ich habe eine goldmuster einfach gefunden da ist er drin schießt auch habe ich nicht gegeben habe ich ganz gern ich will seine team jetzt sowohl ich habe brutus mini gang hier für jemanden auch hier guck mal guck mal brutus mini gang geil ja minis für jemanden hier ich habe mal gekriegt wer braucht mit kids äh ageln du ne du auch vielleicht minis oder gibst du sie mir erst nicht runter ja hier bitte ich schon minis warte ich nur sie mehr so schnell noch ein bisschen mit teils nein es genau er ist so ich hab es ist gut ich habe mich ich muss schnell was machen mit entschuldigung einmal hallo hallo ich habe einfach brutos mini gang ist ja reicht noch mal die challenge zu ende so fertig und jetzt ist es besser in der zone diesen gegner absetzen kommen damit bei mir ich habe nur jetzt warten bis die gegner dahinten kommen haben du leute bei uns noch gegen aber ich glaube box die schließen uns ein bisschen an aber wurden nicht getroffen hier ist richtig viel hilfe zeug bei mir so noch eine goldene skaffe jemanden und goldene röcke die es richtig getroffen ich muss mich hier leid ist mir so leid das sind eh glaube ich nur noch was die letzten also ich selber in die luft gejagt nein nein eine hat mich aber ich habe ihn so das sind nur bots die letzten gegner warte nicht den kinder wort nicht können das ist doch der letzte gegner nicht ist doch nicht der letzte gegner aber den letzten gegner will ich auch wie kannst du denn wirklich schön nicht so da hinten echt ist echte gegner echte gegner das ist ein echte letzten zwei ich habe gehört auch nicht so gut leben und ich habe einen richtig low geschossen ich habe auch fast in ein paar posten das mecke es tut mir leid ich kann mich glaubt in den kampf wieder runter schau mal wir machen man finde ich nicht hatte da oben der ist so aussieht ihn einfach runter haben wir haben uns ich denke im klo fest da oben der ist unsere lone drei ap einer lebt noch nein weiß die vielleicht schießt doch hat zwei haupten keine schule ein genockt aber hauptsache ich hab ihn genockt was er denn nicht gewünscht hat den hab ich genockt ja der 1 1 1 tisch in die nieder ah die mit schönern ja aber jetzt lassen sich konzentrieren ich rede nicht mehr kann er nun weisen gg du wirst von mädchen wiss ich junge Ja!